Er war einer der brillantesten CIA-Agenten, den wir je hatten. Dann hat er die Seiten gewechselt. Er ist für den Tod von mehreren Agenten verantwortlich. Dieser Typ spaziert nicht ohne Grund in ein amerikanisches Konsulat. Was gibt's Neues in Kapstadt? Abgehört, es gibt eine freie Position? Eine Position, 37 Bewerber und jeder hat mehr Erfahrung als Sie. Wie soll ich mehr Erfahrung sammeln, wenn ich den ganzen Tag nur auf vier Wände starre? Hier ist Weston. Wir haben eine Last-Minute-Reservierung. Oh mein Gott. Das ist Tobin Frost. Schalten Sie alle Kameras in diesem Raum ab. Ist das legal? Los, 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 los! Regel Nummer eins, Sie sind verantwortlich für Ihren Hausgast. Ich bin Ihr Hausgast. Mich wollen die lebend, aber die werden Sie umbringen. Verschwenden Sie keine Zeit. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Hey, hey, rein da! Ist das Ihr Ernst? Ja, in den Kofferraum, los! Das Safehouse ist gefährdet. Vorgehen nach Vorschrift. Vorschrift? Es gibt keine Vorschrift für das hier! Wer ist hinter uns her und warum? Sie sollten sich fragen, wie Ihr Safehouse überhaupt angegriffen werden konnte. Dieses Haus war ein geheimer Ort. Wer auch immer es zerstört hat, wurde eingeladen. Jemand hat Sie reingelegt, jemand, den Sie kennen. Sie kommen nicht in meinen Kopf. Ich bin längst in Ihrem Kopf. Die beiden arbeiten zusammen. Ich glaube, Weston wurde umgedreht. Ich bin heute nicht Ihr einziger Feind. Sie können blind bleiben oder die Augen aufmachen. Ich nehme Sie fest. Ich will, dass Sie mich festnehmen.